Wir sind in der Siebengebirgsschule. Das ist eine Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lern, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung. Wir haben das Motto Zeitreise und Beethoven schaut sozusagen in die Zukunft und entdeckt seine Musik noch mal ganz neu. Die Gegensätze unserer Darstellung werden sichtbar, indem die Schüler zu unterschiedlichen Musikrichtungen tanzen. Wir sind anders als ich. Wir, wir, wir sind anders als wir. Kapkorn, Kärte und Klamier. Ein Genie. So was gibt es denn, wenn du auch nie? Da hat er geboren, da hat er gestorben. Ich bin Diabetoren. Ein Genie. So was gibt es selten oder nie? Ein Genie. Vielen Dank.